Unsichtbar Stefanie, hallo Stefanie. Ach Gottchen, wie sieht's denn hier aus? Hier herrschte ein Chaosgrüß. Onkel Meinhardt! Oh, alles in Ordnung soweit? Ja, ich glaube schon. Was war das überhaupt? Oh, mein Skateboard. Entschuldigung. Lass nur, das ist nicht so schlimm, meine Liebe. Aber findest du nicht, dass du dein Zimmer mal aufräumen könntest? Ja, aber weißt du, ich war gerade auf dem Weg zu Pixel. Die hat ein ganz tolles neues Videospiel. Geht das nicht auch nachher noch? Oh, nun ja, wenn's unbedingt sein muss. Aber denk dran, ein sauberes Zimmer ist ein fröhliches Zimmer. Das tue ich. Danke. Ach Gottchen, und das hier ist ein ausgesprochen trauriges Zimmer. Pass auf, das Energielehrer. Ja, ja, guck mal da links. Guck mal. Ja, den krieg ich. Erwischt. Ja, gut. Pass auf, Stefanie. Gleich sind wir durch. Monster. Hey, pass auf mich auf. Entschuldigung. Ist schon okay. Oh Mann, wir müssen auf die andere Seite. Schnell, schnell. Ja, und ab dafür. Und springen. Ah, Frühjahrsputz ist angesagt. Sieht unschön aus. Das wird ruckzuck aufgeräumt. Hupp. Viel besser Schneller und hopp Spring da rüber Game over Hey, das Spiel ist klasse Ja, nochmal ne Runde? Leider nicht, ich muss mein Zimmer aufräumen Ach komm, bloß einmal noch Das Zimmer sieht zu übel aus Aha Naja, und weißt du, das ganze Zeug räumt sich leider nicht von selbst auf Vielleicht kann ich dir helfen Ich find's toll, wenn du mir helfen würdest Nein, was ich meine ist, ich hab da was, was dir helfen könnte Überzeugend wirkt das hier aber nicht Warte mal kurz Was machst du denn? WhatsApp Ich muss erstmal die Software laden, hier Okay Das ist das richtige Teil So, gleich fertig Jetzt steck's hier rein Okay Yeah Yeah Ah, der Schaltkreis kommt hierhin Sieht voll cool aus bis jetzt Okay Ihr habt das Problem? Hausarbeit Die Lösung der Zapper Der Zapper 6000 Damit kann man alles einfach verschwinden lassen Wow Dann wollen wir ihn mal testen Hm Zapper 6000 Tu deine Pflicht Ich glaub's ja nicht, es ist weg Komm schon, wir gehen zu mir rüber Ja Ich warme dich, es sieht mega chaotisch aus Also dann Sepp es weg, Pixe Okay Oh, alles weg Ja Problem gelöscht Das zeigen dir Siggi Komm, süßi, süßi Ich weiß, dass hier irgendwo noch was Süßes versteckt ist Aber wo? Hm Ich glaub, jetzt hilft nur noch eins Katzimake Hilfe! 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 Da braucht mich jemand Ah, Siggi Hopp Hilfe! Hilfe! Keine Panik, Siggi Ich bin schon da Wunderbund Ich bin hier dran Nein, 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 nein Ich bin hier Bisschen mehr nach links Hä? Wie bitte? Eine Ananas? Sporterkuss! Hilfe! Hier bin ich Das find ich nett, dass du mir helfen willst, meine Schokolade zu finden Ja, aber eigentlich wollte ich dir helfen, weißt du? Aber ich such doch diese Schokolade, die ist so süß und ähm Du meinst nicht zufällig die? Du hast sie gefunden Mein Superheld Möchtest du mal? Nein, danke Super sanig! Siggi? Kommt rein! Hey! Siggi! Ja? Du musst dir ansehen, was Pixeln gebastelt sind. Ich kann nicht. Ich muss erst mal hier aufräumen. Das ist eine gute Idee, Siggi. Sonst finde ich meine Süßigkeiten nie mehr. Brauchst du wirklich noch mehr Süßigkeiten? Ja! Unser ganz dringend! Mehr Süßigkeiten! Willst du wirklich nicht? Ist voll lecker. Aber Siggi, der Seppa räumt das Zeug für dich auf. Echt jetzt? Wow! Das will ich sehen. Ja? Geht's jetzt los? Siggi, wenn Arbeit ansteht, helfen weder Ausreden noch Automaten. Ach wirklich? Tja. Dann pass mal auf. Hm. Na schön. Was? Ist das nicht klasse? Wow! Haha! Freizeit! Yeah! Haha! Videospiele, willkommen! Ja, Spiele finde ich toll! Na wartet auf mich! Ein Abfall- und Unsinn-Vernichtungsgereiht! Wer will denn sowas? Obgleich auch ich in der Tat gerne etwas loswerden würde? Was ist denn das? Oh. Ich will diesen Zepper! Ich brauche diesen Zepper! Diesen Zepper muss ich haben! Doch wie nur? Haha! Ich werde ihn wohl kaufen müssen! Hahaha! Du wedi! Dann wäre ja das ganze schöne Geld weg! Aha! Tarnentricksen und täuschen! Haha! Oh! Sehr schön! So erkennen die mich nie! Nur werden sie auch den Zepper nicht rausrücken, wenn ich so aussehe! Ah! Vielleicht bringt's ja ein Ritter! Ach! Ach ne! Genau! Ich leih ihn mir einfach aus! Und zwar genau so lange, wie ich ihn brauche! Ah! Los! 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 Hüpp! Blau! 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 Oh! Spring! 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 Oh ja! Yeah! Ich steh auf Physik! Und auch auf Mathe, ich zieh mir, was ich krieg Auf meine Platte, das ist, worauf ich flieg Ich bin ein Technik-Freak Daten, Disketten, CDs und Megabyte Da weiß ich nun Bescheid Ich kenn mich aus, ich bin ein absoluter Verehrer der Maus Und liebe den Computer, es ist kein Scherz In mir schnickt wohl ein Megaherz 3, 2, 1 Ich kenn mich aus, ich bin ein absoluter Verehrer der Maus Und liebe den Computer, es ist kein Scherz In mir schnickt wohl ein Megaherz Los, 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 Pixel Los, Pixel Los, Stephanie Los, Stephanie Tja, ja, hau ihn rein Stephanie, pass auf Vorsicht Was war das für ein Geräusch? Ich hab nichts gehört Ich auch nicht Jetzt war es schwer Jetzt hab ich aber echt nach links Also ich hör überhaupt nichts Schon wieder einer Oh, ich hör einer Nein, nein, der Dach Da war es schon wieder Egal Was kommt denn jetzt? Oh, ein gefährliches Monster Das sieht ja aus wie eine Schokotorte Klasse Bitte tu ihm nichts Hierbei Wieso? Weil ich's essen will Hä? Jetzt hab ich aber ganz sicher Schneller, schneller Da ist er Der einzigartige Sepper Nun kann ich alles loswerden Wonach mir der Sinn steht Jetzt wird gesackt und wie Wieso kann der nicht stillstehen? Der hört nie auf sich zu bewegen Der hört nur auf sich zu bewegen Wenn Kinder ein Problem haben Nun gilt's Tarnen, tricksen und täuschen Wahrabsicht ist doch klar Damit sollte es doch gehen Wä, 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 wä Da ist er ja schon Hey, was hast du denn, mein Kleiner? Ja, gerne Der scheint in Ordnung zu sein Hier, bitte Kleiner Danke Gern geschehen Bis dann mal Oh Ciao Was? Er ist nicht verschwunden Das Ding macht die Sachen nur unsichtbar Ist das ein Leben? Ja Wir seppen all unsere Probleme weg Und können so viel Videospiele spielen, wie wir wollen Ja Und nach links Ja, mach ich Hier fühlt sich was feucht an Wieso? Da ist aber nichts Ja, aber nichts wäre doch trocken Er hat recht Es ist klebrig und feucht Oh nein Das muss meine Limo sein Mein Sepper hat gar nichts verschwinden lassen Sondern alles nur unsichtbar gemacht Oh nein, mein Onkel Wenn das so ist, liegt das ganze Zeug nach wie vor in meinem Zimmer rum Keine Panik, Stefanie Ich glaub, ich weiß, was passiert ist Wenn wir das Zeug nochmal seppen, wird's wieder sichtbar Also dann, wo ist der Sepper? Okay Äh Äh, wartet mal kurz, ja? Wir müssen also das Zeug in meinem Zimmer wieder sichtbar machen Ja, aber kann das nicht gefährlich sein? Ja Oh Ist nicht da Was? Wie bitte? Und hier auch nicht Mist, wo ist das Ding? Oh, wir müssen es finden Ja Wo ist es? Wo war es, als du es das letzte Mal gesehen hast? Ja Es war hier Genau Neben dem Computer Oh, Pixel, wie kann sowas nur passieren? Ja Ich weiß auch nicht, vielleicht auf dem Bett Okay Ich sehe unter dem Tisch nach Wo ist es bloß? Hier jedenfalls nicht Sucht auf dem Sofa Okay, gut gemacht Nichts Hier auch nicht Irgendwo muss das Ding doch sein Hier ist es nicht Sucht auf dem Boden Oh Es ist nirgends Oh, das ist schlecht Ja Ich hätte mein Zimmer einfach aufräumen sollen Ich gehe mal nach Hause und sehe nach, was mit meinem Onkel ist Ja Und ihr sucht weiter, ja? Okay, Stephanie Pixel? Ja? Du musst das Ding finden, klar? Ja, ich weiß Junge, das hast du wirklich ganz schön vermasselt, hä? Sigi, mir geht's deswegen auch so schon schlecht genug Äh, ach so, ja Tut mir leid Hier ist es nicht Ich muss es einfach finden und alles wieder in Ordnung bringen Oh, ach Gottchen, vielen Dank auch, Stephanie Ich habe keine Ahnung, worauf ich getreten bin Ach, manchmal stelle ich mich einfach zu trottelig an Es tut mir leid, Onkel Meinhard Oh Mann, ich muss einfach diesen Sepper finden Ach Gottchen Ich hab Hunger Ich könnte einen Powersnack vertragen Haha Oh, Entschuldigung Pixel, alles in Ordnung? Was ist das? Ich bin's, Sportacus Sportacus? Du bist auch unsichtbar Ja Was, unsichtbar? Nein, ich bin... Hey, tatsächlich, ich... Ich bin wirklich unsichtbar Das heißt, du bist gesappt worden Das heißt, jemand hat meinen Sepper Keine Angst, Sportacus Ich mach dich wieder sichtbar Ich muss bloß erst meinen Sepper wiederkriegen Bleib einfach da, wo du bist Ja, bleib schön hier Ja, bleib schön hier Ich bin gleich wieder Ich stehe hier Hey, weißt du was? Halt einfach den Apfel hoch, dann weiß ich, wo du bist Okay, meinst du so? Ähm, ja So ist's perfekt Ich hol mir jetzt den Sepper zurück Und du bleibst schön hier Genau hier Nicht bewegen, klar? Okay Junge Ich bin unsichtbar Wow Also sowas Was nützt es denn, wenn Sportacus einfach nur unsichtbar ist? Ich will, dass er verschwindet Oh, andererseits Wie heißt es so schön? Aus den Augen, aus dem Sinn Ich mach das Ding einfach kaputt Dann bleibt der Blödmann unsichtbar Was? Freddy will den Sepper kaputt machen? Ich muss ihn aufhalten Und niemand wird ihn jemals wiederfinden Und zwar Für immer! Hab ich dich! Was? Boah, hey du da, komm zurück, du Lümmel Nein, das gehört mir Gib das her Äh, sofort Nichts da Jemand hat ein Problem Das gibt's schon her Nein Wie mein Freund Meini sagen würde Das ist meins Ich hab ihn Bin her Nein, der gehört mir Wenn du ihn kaputt machst, finden wir Sportacus nie mehr Das ist ja auch der Sinn der Sache, mein Kleiner Denn wenn er verschwunden ist, wird Lazy Town wieder genauso schlapp wie früher Nein Ich hab ihn wohl nicht hart genug geworfen Was? So was sieht man jedenfalls nicht jeden Tag Hey Freddy Möster Rate mal Sportacus Ja, erraten Nun jedenfalls erwischst du mich nicht Hast du recht Hey, pass auf Go Ach, dieses Vogelgezwitscher Da werd ich immer ganz happy Hier, bitte, Pixel Okay Bereit für die Sichtbarwerdung? Gut, ich bin bereit Ja Ja, es hat geklappt So, und jetzt an die Arbeit Ja Alles klar, dann los Okay Oh, hätte ich fast vergessen Es muss ja alles seine Ordnung haben Yeah Okay, jetzt bringen wir alles wieder in Ordnung Alles klar Fang gleich hier an Yeah Ja Hey Pixel Da vorne Gut Hey Pixel Sigis Haus Pass auf Ich seh mal nach Ob sonst noch was verschwunden ist, okay? Ist gut Yeah Und ab geht's Na gut Jetzt muss ich leider auch die Schule wieder herseppen Und Hey, Sportacus Ich glaube, das war alles Gut, nun ist in Lazy Town endlich wieder alles normal Pixel Pixel Stephanie Weißt du, ich hab überall nach dir gesucht Ich muss dir was sagen Du zuerst Du zuerst Ich wollte dir nur sagen, wie leid es mir tut Wegen dem Sepper Ich hätte dir besser einfach helfen sollen Und ich wollte dir sagen, wie leid es mir tut, dass ich so gemein zu dir war Und ich hätte einfach selbst aufräumen sollen Tja Sportacus, du hattest recht Keine Ausreden, keine Automaten Ja Schön, das von euch zu hören Und Pixel, was steht für dich als nächstes an? Ich werde diesen Sepper entsorgen, das ist mal sicher Und dann helfe ich Stephanie, ihr Zimmer aufzuräumen Und zwar richtig Na los Los, kommt Sportacus Bing, beng, digi, digi, dong Quatsch mit Soße Sing ich, wenn ich tanze 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 Wow Bing, beng, digi, digi, dong Bokalat, der alles heißen kann Tag und ab, die Post Ich zeig's dir Fit wie ein Turnschuh Stehe ich hier Wir hüpfen, boing, boing, baum und ab Drehen uns um und klatschen in die Hände Boing, boing, kreuz und steh Das macht Spaß, wir toben hin und her Yeah Yeah Ah Ich will nichts mehr sehen von diesem Zepperquatsch. Ich will nichts mehr sehen von diesem Zepperquatsch.